Die Fortsetzung der Unterstützung seitens der Europäischen Union und Früchtlinge. Zugleich haben wir die von Rumänien ergriffenen Maßnahmen vorgestellt, die der Unterstützung der leitgeprüften ukrainischen Wirtschaft zugute kommen sollen, einschließlich durch die Erleichterung des Transits ukrainischer Waren durch Rumänien, einschließlich der Zeugnisse der Lebensmittelindustrie, auf ihrem Weg zu Drittländern. Zur Sprache kam ebenfalls die Notwendigkeit, weitere Sanktionen gegen Russland durchzusetzen, sowie Maßnahmen zur Isolation Russlands auf der internationalen Ebene zu treffen. Der Druck auf Russland muss zunehmen, damit Russland die Invasion und den Krieg gegen die Ukraine einstellt. Zugleich müssen wir sämtliche Kriegsverbrechen der russischen Truppen minutiös untersucht und völkerrechtlich bestraft werden. Rumänien wird diesen Prozess weiterhin unterstützen. Wir haben heute auch über die erheblichen Schwierigkeiten gesprochen, mit denen sich die Moldarepublik im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine konfrontiert. Kisinau braucht eine konsistente Hilfe. Hilfe. Rumänien und Deutschland haben in dieser Hinsicht dieselbe Einstellung hinsichtlich der Unterstützung der Moldarepublik. Rumänien zählt auch auf Deutschland hinsichtlich der Veranstaltung einer zweiten Konferenz der Hilfsplattform für die Moldarepublik. Auch zum Anlass des heutigen Treffens haben wir erneut bekräftigt, dass Rumänien die EU-Integration der Moldarepublik, der Ukraine und Georgiens voll unterstützt. Als NATO-Verbündete teilen Rumänien und Deutschland das selbe Ziel, das wesentliche Ziel, den Frieden und die Sicherheit im Schwarzmeerraum zu sichern. In diesem Zusammenhang möchten wir eine Vertiefung der Kooperation mit Deutschland, einschließlich in der Vorbereitung des NATO-Gipfels in Madrid, wo wichtige Entscheidungen getroffen werden zur Konsolidierung der Ostflanke hinsichtlich der Verteidigung. Ich habe zugleich Herrn Bundespräsidenten Steinmeier gedankt für die Teilnahme Deutschlands an der Sicherung des Luftraums Rumäniens. Zugleich haben wir erneut die legitimen Erwartungen Rumäniens bekräftigt hinsichtlich des Beitritts zum Schengen-Raum. Wir hoffen sehr bald eine Lösung in dieser Hinsicht zu finden mit der Unterstützung Deutschlands. Mit Herrn Bundespräsidenten Steinmeier haben wir auch die wirtschaftliche Situation auf europäischer Ebene diskutiert. Insbesondere nach oder infolge des Kriegs in der Ukraine. Die EU muss sämtliche ihr zur Verfügung stehenden Mechanismen in Gang setzen, um den negativen Impact zu reduzieren und die Resilienz zu stärken. In dem Sinne haben wir auch über die energetische Sicherheit gesprochen, mit besonderer Betonung der etwaigen Maßnahmen, um die Abhängigkeit von Energiequellen aus Russland einzudämmen. In dem Sinne, Rumänien möchte eine aktive Rolle einspielen hinsichtlich der Diversifizierung der Gaslieferungen. Wie bereits gesagt, ist es notwendig, die Infrastruktur zu optimieren und die europäischen Kapazitäten für Energieerzeugung zu steigern, einschließlich durch die Sicherung der Resilienz, der energetischen Resilienz, der langfristigen energetischen Resilienz, einschließlich durch die Transformation hinsichtlich einer grünen und langfristigen Energieerzeugung. Zum Schluss möchte ich Herrn Bundespräsidenten für diesen Besuch danken, einschließlich für die Offenheit gegenüber allen besprochenen Aspekten in unserem heutigen Treffen. Herr Bundespräsident, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, für die Einladung nach Bukarest. Ein Besuch, der schon hätte früher stattfinden sollen, den wir zweimal mit Blick auf die Pandemie verschieben mussten. Ich freue mich, dass ich zurück bin bei Freunden. So habe ich ins Gästebuch hineingeschrieben. Und wenn ich sage, zurück bei Freunden, meine ich natürlich die freundschaftliche Beziehung zwischen unseren beiden Staaten. Aber, Herr Präsident, ich darf auch unsere persönliche Beziehung zueinander mit diesem Begriff belegen. Ich erinnere mich noch sehr gut an unser erstes Zusammentreffen vor mehr als 15 Jahren, als Sibio Kulturhauptstadt Europas wurde. Wir beide waren in unterschiedlichen Funktionen und konnten nicht ahnen, dass wir uns an diesem Pulten als Präsidenten gegenüberstehen. Und wir beide haben erst recht nicht geahnt, dass dies zu einem Zeitpunkt stattfinden würde, an dem der Krieg nach Europa zurückgekehrt ist. Ich komme gleich darauf zurück. Ich will aber vorher sagen, in diesen 30 Jahren seit der Unterschrift und dem deutsch-rumänischen Freundschaftsvertrag ist viel geschehen. Ich glaube, unsere beiden Staaten und ihre Repräsentanten haben die Zeit genutzt, um unsere beiden Länder nah zueinander zu bringen. Wir sind eng miteinander verbunden heute. Das gilt politisch, Sie haben es gesagt, wirtschaftlich. Das gilt zivilgesellschaftlich ebenso. Ich hebe das hervor, weil vielleicht nie so deutlich geworden ist, wie in diesen Zeiten, wie wichtig Geschlossenheit in Europa, wie wichtig auch Geschlossenheit im transatlantischen Bündnis ist. Dies in einer Zeit, wo ein furchtbarer Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine stattfindet, mit Zerstörung, Tausenden von Toten, Verletzten, Millionen von Vertriebenen, die auf der Flucht sind, und viel menschlichem Leid. Es ist mir, es ist uns beiden ganz wichtig, dass wir diesen Zusammenhalt nicht nur öffentlich betonen, sondern dass wir diesen Zusammenhalt wahren in den nächsten Wochen und Monaten, in denen dieser Krieg weitergehen wird. Und gemeinsam, auch das, Herr Präsident, haben Sie zum Ausdruck gebracht, sind wir davon überzeugt, dass wir, nicht nur Deutschland und Rumänien, die gesamte Europäische Union und die gesamte NATO an der Seite der Ukraine zu stehen haben. Nur gemeinsam können wir der Ukraine die Unterstützung geben, die dieses Land in der Situation gerade so dringend braucht. Und auch das ist nicht nur eine Zeitaufnahme, sondern ich denke, dass unsere Hilfe auch länger gefordert sein wird. Und selbst wenn der Krieg auch in die nächsten Tage und Wochen geht, wir werden an der Seite und zur Unterstützung der Ukraine zur Verfügung stehen, in der schwersten Zeit die Ukraine jedenfalls nicht alleine lassen.